Der Hase, der Fuchs und der Bär sitzen bei der Musterung, sind gleich dran und haben alle drei keinen Bock zur Bundeswehr zu gehen. Der Hase kriegt seine fünf Minuten Aufforderung, so sind gleich dran, Herr Hase, und sagt, oh scheiße, mir fällt nichts ein, was mach ich bloß, ich will nicht zur Bundeswehr. Ah, ich hab's, ich schneid mir die Ohren ab. Schneidet sich die Ohren ab, geht rein, kommt noch zwei Minuten wieder raus mit einem Grinsen im Gesicht und sagt, ich muss nicht so bunt, ohne Ohren, keine Bundeswehr. Der Fuchs ist dran, hat auch noch so fünf Minuten und überlegt und überlegt, ah scheiße, ich will auch nicht zur Bundeswehr, das mit den Ohren war eine geile Idee. Überlegt, ja, ich hab's, ich schneid mir den Schwanz ab. Schneidet sich den Schwanz ab und geht rein, kommt auch noch zwei Minuten grinsend wieder raus und sagt, nee, kein Schwanz, keine Bundeswehr. Der Bär sitzt da als Letzter, ist auch gleich dran und überlegt, oh, Ohren, gute Idee, Schwanz, gute Idee, beides weg, so eine Scheiße, kann ich nicht gleich nochmal mit reingehen. Und überlegt und überlegt und ihm fällt nichts ein, er will aber nicht zur Bundeswehr. Und dann sagt der Hase, du, Bär, ich hab's, wir hauen dir die Zähne raus und dann gewusstest du auch nicht zur Bundeswehr, ohne Zähne nehmen wir dich auf keinen Fall. Und der Bär überlegt hin und her, keine Zähne oder Bundeswehr oder keine Zähne oder Bundeswehr. Und dann sagt er, ja, okay, komm. Und die hauen ihm oben und unten die Kauleiste weg, der Bär geht rein und kommt auch noch zwei Minuten wieder raus. Mit einem breiten Grinsen auf dem Mund und die beiden sagen, hä, erzähl Bär, wie ist es gelaufen? Und der Bär sagt, ich muss nicht zur Bundeswehr, ich bin zu dick.